Du handelst mit Aktien oder Kryptowährungen und du fragst dich, was ist die beste Steuerstrategie? Sollst du investieren über dein privates Vermögen oder sollst du zum Beispiel eine Firma gründen wie eine GmbH oder brauchst du sogar eine Holdingstruktur? Zuerst mal, worauf kommt es an, wenn du die richtige Strategie wählen willst? Da kommt es natürlich ganz klar darauf an, was deine Zielsetzung ist, okay? Es gibt hier drei verschiedene Fälle. Entweder bist du zum Beispiel angestellt und willst einfach nebenbei ein wenig Vermögen aufbauen, ein wenig investieren, vielleicht ein klein bisschen traden und möchtest zum Beispiel dich einfach absichern, dass wenn du irgendwann in die Pensionierung gehst, dass du da mehr Vermögen hast. Ein zweites Szenario ist, wenn du zum Beispiel selbstständig bist oder Unternehmer bist und du möchtest nebenbei ein wenig investieren, um zum Beispiel dich auch abzusichern oder eben einfach zusätzlich gewisse Cashflow-Quellen aufzubauen. Das dritte Szenario ist, wenn du so richtig viel Vermögen aufbauen willst, dass du so viel Vermögen aufbauen willst, dass auch Generationen nach dir auch noch davon leben können. Zuerst mal schauen wir dir die Situation an, wenn du angestellt bist und du möchtest einfach ein bisschen Vermögen nebenbei aufbauen, ein bisschen investieren, vielleicht ganz klein bisschen traden. Da ist es folgendermaßen, da ergibt das meistens keinen Sinn, auch eine Firma aufzubauen, denn es gibt im Privaten auch einen sogenannten steuerfreien Kapitalgewinn. Das bedeutet, wenn du da etwas kaufst, zum Beispiel eine Aktie für 10.000 und du verkaufst sie für 13.000, dann sind diese 3.000 Franken grundsätzlich steuerfrei. Da gibt es natürlich auch einige Voraussetzungen, aber deswegen, ich sage grundsätzlich, in der Regel ist das Ganze steuerfrei. Das heißt, das ist natürlich ein gewisser Vorteil, gerade wenn du auch eine sehr hohe Sicherheit hast oder wenn du dich sicher fühlst, dass auch der Wert hier entsprechend steigen würde in Zukunft. In diesen Fällen ergibt das Sinn und da geht es vor allem darum, es gibt fünf Kriterien, die die Steuerverwaltung zur Seite nimmt, um einzuschätzen, ob du eine private Wertschriftenverwaltung machst oder ob du gewerbsmäßiger Trader bist sozusagen oder gewerbsmäßiger Wertschriftenhändler. Das heißt, die sinnvollste Steuerstrategie ist sozusagen, einfach diese fünf Kriterien im Blick zu behalten und sicher zu gehen, dass du nicht dort reinrutscht, dass du von der Steuerverwaltung als gewerbsmäßiger Wertschriftenhändler angesehen wirst. Dazu habe ich auch Videos auf meinem YouTube-Kanal zum Beispiel aufgenommen, die du dir am besten da anschauen kannst, damit du die Sicherheit hast, dass das bei dir nicht passiert. Es hat aber auch gewisse Nachteile, wenn du eine private Vermögensverwaltung machst und insbesondere dann, wenn du schon ein wenig im Bereich Trading tätig bist, wenn du zum Beispiel auch weniger als sechs Monate lang gewisse Aktien oder Kryptowährungen oder andere Wertschriften hältst und dann wieder verkaufst oder wenn du zum Beispiel auch Fremdkapital aufnimmst, irgendwie einen Kredit oder auch entsprechendes Darlehen von der Familie oder von Freunden oder wie auch immer, von Drittpersonen und damit tradest oder zum Beispiel auch, wenn du mit Optionen handelst oder wenn du auch einen wesentlichen Teil deines Einkommens zum Beispiel durch dieses Trading finanzierst, dann ist die zweite Variante eventuell sehr interessant und sehr wichtig für dich, wenn du Steuern sparen möchtest. Es ist nämlich dann so, dass wenn du irgendwo schon in diese Richtung gehst und das Risiko besteht, dass die Steuerverwaltung dich als gewerbsmäßigen Wertschriftenhändler ansieht, dann kann das sehr sinnvoll sein, trotzdem einfach proaktiv vorzugehen und selber einfach mal eine Firma zu gründen, weil du hast nämlich entsprechende Vorteile, wenn du eine Firma hast und darüber tradest sozusagen, dann ist das so, dass du auch Verluste abziehen kannst. Das kannst du nämlich nicht in der privaten Vermögensverwaltung, da kannst du einfach den Vorteil haben, dass die Kapitalgewinne steuerfrei sind, aber wenn du eine Firma hast, dann kannst du entsprechend die Abzüge auch geltend machen und die kannst du vor allem auch sofort geltend machen. Das ist ein Riesenvorteil, weil der private steuerfreie Kapitalgewinn, den hast du eventuell irgendwann in Zukunft, also vielleicht in drei Jahren oder fünf Jahren oder acht Jahren, dann kann es eventuell passieren, dass du mal einen Gewinn machst, aber das ist ja auch noch nicht mal garantiert. Das heißt, mit dieser zweiten Strategie hast du viel mehr Sicherheit, weil wenn du einen Verlust machst, dann kannst du den auch schon dieses Jahr abziehen. Der zweite große Vorteil ist, dass du auch über die Firma neue Geschäftsausgaben abziehen kannst und das kannst du auch sofort abziehen, okay, nicht erst in fünf oder acht Jahren oder wie auch immer, sondern du kannst zum Beispiel deinen Laptop abziehen oder wenn du ein Coaching einkaufst oder kannst du auch andere Sachen abziehen, die du im Privaten nicht abziehen kannst. Durch diese Abzüge, die du machen kannst, also einerseits die Verluste, die du abziehen kannst, aber auch die entsprechenden Abzüge fürs Geschäft, da zählen auch natürlich so Abzüge für Homeoffice und so weiter auch dazu, wenn du dieses Geld sparst, dann kannst du das auch wiederum einsetzen, um wiederum mehr Investments zu tätigen, okay. Diese Strategie ergibt, wie gesagt, dann Sinn, wenn du sowieso schon eventuell gewisse Elemente vom Trading bei dir hast und es, wie gesagt, etwas unsicher ist, ob du vielleicht sogar von der Steuerverwaltung als gewerbsmäßiger Wertschriftenhelder eingestuft wirst. Jetzt kommen wir aber zum dritten Szenario und da geht es darum, dass wenn du selbstständig bist oder Unternehmer bist und auch nebenbei Investments tätigen möchtest, in zum Beispiel Aktien, Kryptowährungen oder andere Wertschriften, da musst du ganz genau aufpassen, weil es ist nämlich so, dass Strategie 1 und 2, die wir jetzt gerade besprochen haben, dass diese du nicht einfach so direkt einsetzen kannst, weil das dann dir auch wesentliche Steuernachteile mit sich bringt. Da ist vor allem das Entscheidende, wenn du jetzt zum Beispiel diesen privaten steuerfreien Kapitalgewinn nutzen möchtest, dann musst du erst mal Geld aus deiner Firma reinbringen ins Privatvermögen. Das bedeutet, ich rede jetzt auch nicht über die Situation, dass du Trading über die Firma machst, das war das Beispiel 2. Also wir befinden uns wirklich jetzt hier in diesem Beispiel, dass wenn du zum Beispiel ein Coaching-Business hast oder eine Agentur oder irgendwelche Produkte verkaufst mit E-Commerce oder vielleicht hast du auch eine Arztpraxis oder so, dann musst du ja dieses Geld erst mal rausnehmen in Form von Lohn oder Dividende und so weiter. Und das führt dann bei dir zu einer erhöhten Einkommensteuer und das treibt auch die Einkommensteuerprogression bei dir in die Höhe. Das heißt, die Steuerprozentsätze werden auch steigen. Das heißt, auch sämtliche anderen restlichen Einkommen werden dadurch mit einem höheren Prozentsatz besteuert und dadurch kann deine Einkommensteuer in deinem privaten explodieren. Das bedeutet aber auch, dass ein großer Teil von dem Gewinn, den du erwirtschaftest in deiner Firma, der wird entsprechend nicht mehr dir zur Verfügung stehen, dass du den investieren kannst. Das heißt, es können sogar bis zu 50 Prozent verloren gehen. Das heißt, du kannst nur noch grob mit der Hälfte entsprechend investieren und dadurch kannst du auch viel weniger Vermögen aufbauen und auch du kannst viel langsamer auf ein sehr hohes Vermögen kommen, wenn du diese Strategie fährst. Deswegen ergibt das hier zum Beispiel oftmals Sinn, auch Investments direkt über die Firma zu machen, okay? Weil da ist es dann so, du zahlst dann zwar die Gewinnsteuer auf Ebene zum Beispiel einer GmbH, aber diese beträgt in der Regel durchschnittlich 15 Prozent hier in der Schweiz aktuell. Natürlich je nach Kanton, es gibt auch Kantone, wo du nur 12 Prozent bezahlst, okay? Das heißt, und dann kannst du aber mit dem Rest, kannst du dann direkt auch schon über die Firma investieren. Und ja, jetzt gibt es auch Leute, die sagen, hey, Moment mal, aber wenn ich das Geld dann aus der GmbH rausnehme, dann muss ich darauf ja dann auch entsprechende Einkommenssteuer bezahlen. Aber das Ding ist, wenn du mit einer viel größeren Menge investieren kannst, weil du nur die Gewinnsteuer zahlst, dann kannst du auch einen exponentiellen Vermögenswachstumseffekt nutzen, im Geschäft zum Beispiel, ja? Und du kannst auch den Cashflow aus deinen Investments zum Beispiel benutzen, um deine Firma anzukurbeln, um da das Unternehmenswachstum anzukurbeln. Das heißt, wenn du es schaffst, zum Beispiel nach drei oder acht Jahren oder so, das Fünffache an Unternehmenswert zu generieren und vielleicht sogar bis zu dem Zehnfachen an Vermögenswert zu erschaffen innerhalb der Firmestruktur, dann spielt es dann auch nicht mehr so eine Rolle, ob du dann irgendwann mal in Zukunft auch nochmal mehr Steuern im privaten zahlst. Weil wie gesagt, hier ist das Ziel, so viel Vermögen aufzubauen, zum Beispiel über diese Firmenkonstrukte, dass eventuell sogar auch noch weitere Generationen davon leben können. Das heißt, du hast einfach insgesamt viel mehr Vermögen, viel mehr Unternehmenswert, kannst auch schneller Mitarbeiter einstellen und diese Mitarbeiter helfen dir wiederum noch mehr Umsatz zu machen, kannst mehr in Werbung investieren. Also es geht hier um eine maximale Wachstumsstrategie, die du sozusagen fahren kannst und trotzdem kannst du vor allem auch kurzfristig sehr viel Steuern sparen, um dieses ganze Wachstum anzukurbeln. Jetzt gibt es aber auch noch einen Nachteil, wenn du direkt über die GmbH-Investments tätigst, dann ist das natürlich so, dass wenn du deine Firma hast und da Umsätze generierst und du mal einen Fehler machst oder so, dann kann das auch passieren, dass deine Investments auch gefährdet werden. Deswegen ergibt das hier zum Beispiel oftmals auch Sinn, darüber nachzudenken, eine Holdingstruktur aufzubauen. Also nicht nur eine GmbH, sondern darüber auch noch eine weitere GmbH oder Aktiengesellschaft drüber zu platzieren sozusagen und damit ein Holding-Konstrukt aufzubauen. Damit kannst du dann auch deine Firma sozusagen mehr absichern oder das Geld aus der Firma auch mehr absichern. Das Geld kannst du dann praktisch steuerfrei in die Holding transferieren und da ist es so wie im Tresor gesichert sozusagen und von dort aus kannst du dann wiederum Investments tätigen, auch Immobiliengesellschaften gründen, Investmentgesellschaften gründen und du hast da viele Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Und damit kannst du dann langfristig das Fünf- oder Zehnfache an Vermögen aufbauen, insbesondere wenn du das vergleichst mit, sage ich jetzt mal, den anderen Standardstrukturen, mit den Standardfirmenstrukturen. Du siehst also, es gibt grundsätzlich drei grobe Strategien, die du hier einsetzen kannst, um deine Steuern zu optimieren und auch vor allem ein maximales Vermögenswachstum anzukorbeln. Und das hängt ganz stark davon ab, welche Zielsetzungen du hast bringen. Also viel Erfolg und bis bald. Also viel Erfolg und bis bald.